Apotheke am Kölner Hauptbahnhof gestürmt. Geiselnehmer von Polizei überwältigt. Weibliche Geisel leicht verletzt. Täter trug schwerste Verletzungen davon. Köln, die Polizei hat die Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof beendet. Eine weibliche Person wurde leicht verletzt. Der Täter trug schwerste Verletzungen davon. Es wurden wieder Belebungsmaßnahmen eingeleitet. Ehe ein Krankenwagen den Geiselnehmer mit Blaulicht in eine Klinik fuhr, stand der Wagen mindestens 30 Minuten am Breslauer Platz. Ein Mann, etwa 60 Jahre alt, soll sich mit mindestens einer Frau in einer Apotheke im Hauptbahnhof aufgehalten haben. Viele Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag waren vor Ort, die komplette Bahnhofsumgebung wurde abgeriegelt, ein Polizeiubschrauber kreiste über dem Gebiet. Die Hintergründe der Geiselnahme waren zunächst unklar. Am Nachmittag erfolgte der Zugriff. Der Täter wurde überwältigt, eine Geisel in Sicherheit gebracht. Augenzeugen berichte Überschüsse und eine gezündete Rauchbombe wollte die Polizei unter Hinweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht bestätigen. Es gäbe allerdings Informationen, dass es zwischenzeitlich eine Rauchentwicklung im Bahnhof gegeben habe, zur Ursache machte ein Sprecher zunächst keine Angaben. Es gab zwei Knallgeräusche. Die Polizei feuerte Blendgranaten ab. Ob der Mann bewaffnet war, ist nach Polizeiangaben unklar. Die Polizei hatte Kontakt zu ihm aufgenommen. Ein verletztes Mädchen ist aus dem Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht worden. Spekulationen über einen terroristischen Hintergrund der Tat wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort. Vor dem Bahnhof war Brandgeruch wahrnehmbar. Zur Identität des mutmaßlichen Täters lagen der Polizei laut dem Sprecher zunächst keine Hinweise vor. Stressed auf dem Bahnhof Tools hat. RELA RELA